Haben Sie damit gerechnet? Nein, ich muss jetzt sagen, ich habe ehrlich gesagt, ich habe damit gerechnet. Und wie sind Sie auf das Stück gekommen? Was war die Idee? Was steckt dahinter? Für mein Zimmer, oder für mein Büro daheim, wollte ich hier ein neues Schreibtisch haben. Dazu ist eigentlich das meiste Prüfungsbericht direkt. Das ist gut, auch hier gut, weil man eigentlich heute ausmahen kann. Und ich glaube, so passt man das einzuschreiben. Es ist eine unheimlich tolle Geschichte. Die Prüflinge waren mit Eifer über die acht Monate dabei und haben hervorragend abgeschlossen. Schreiner werden dringend gebraucht. Das ist mehrfach heute schon gesagt worden. Wie sehen Sie die Zukunft? Ist Nachwuchs da weiterhin? Die Zukunft sieht sehr gut aus. Fachkräfte werden besonders überall gesucht. Schreiner haben wir gesucht auch nicht mehr Auszubildende, denn nur wer die Jugend hat, hat auch die Zukunft. Wir haben hier das meiste Prüfungsprojekt in 18 Arbeitstagen. Also, ich glaube, so viele Sachen. Das ist eine Frage. Wie sehen Sie?